Sei miteinander und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us in Multiplayer zusammen mit der Kati, mit dem Brun, mit dem Wex. So, jetzt haben wir eine neue Sprache. Ja, aber rote. Sei. Was? Ja, aber rote, Foka. Sei in der Schweiz. Check ich nicht. So was wie grüß euch. Ja, aber rote, ja, aber rote, Foka. Ich habe verwirrt, sei miteinander. Ja, das war ich eben auch voll. Ah, macht doch nichts. Wir müssen halt neue Sprachen hier einbeziehen in die The Last of Us. Also, es ist mein letzter Tag in Wochen. Der Wex bringt doch im nächsten Part Japanisch. Oh, schon wieder irgendwelche Typen, die quatschen. Ich mag so. Weil ich kann Japanisch. Was sagt er? Genauso gut wie Französisch. Französisch kann ich gar nicht. Französisch kann doch jeder. Die sind auch wieder so hochlevelig. Ich guck mal, die sind. Die denken jetzt auf, wir sind alle hier. Wir sind Noobs oder so. Was wette ich mit euch? Wir sind besoffen. Oder beides. Wau. Da unten einfach alles. Ich trinke eben einen Schluck und nehme dazu meine Tabletten. Leute, ich brauche in zwei Tagen noch zehn Mitglieder. Das schaffe ich nicht. Ich kann kotzen, ne? Wieso? Wir sind doch noch gar nicht bei Woche zwölf. Ja, aber... Aber auch für seinen Chicken Hut. Nein, für meinen Dings. Für seinen Chicken. Für meine Herausforderung, ja. Und außerdem habe ich halt noch das 100% im Nacken. Na gut, jetzt sind es nur noch 20, aber das reicht, ja. Ja, aber es kommt doch nur noch einmal bei dir, oder? Ja, das letzte Mal jetzt. Nee, aber... Aber... Warte, wir teilen... Warte, ich habe Woche elf, Tag sechs. Nee, nee, da kommt noch einmal. Nee, nee. Wobei, Woche zwölf, Tag vier kommt noch einmal. Ach, nö, das ist doch Bullshit. Mir fällt gerade auf, mit der Mission, die ich da gewählt habe, kann ich... Ich kann gar nicht nichts verlieren. Ich kann nur... Ja, gewinnen. Ich kann nur... Ja, 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 das ist so eine Zusatz, wo du dann Leute dazubekommst. Es gibt immer, du kannst so und so viel gewinnen und dann gibt es so und so viel verlieren. Nee, es kam ja ein Angriff. Achso. Und, äh, die maximale Anzahl an Menschen, die ich retten kann, sind, äh, 80 Prozent. Ja. Ja, das ist normal. 20 Prozent verlierst du immer, egal ob du alles schaffst. Alle retten, ja. Ich bin ein Mann. Ja, wenn das ging, äh, wächst, dann hätten wir alle schon 150 oder so, glaube ich. Ja, finde ich auch, Kati. Ich muss schon wieder kurz vorm Niesen. Ey, irgendwie, immer wenn Brugger redet, bin ich immer kurz vorm Niesen. Ich glaube, das erinnert mich immer... Das ist der Bass in meiner Stimme, der bringt da ein Headset zum Vibrieren und das kitzelt. Nee, ich glaube, das liegt daran, dass ich immer dieses Video vor Augen habe. Das ist Panda-Video. Leute, die kommen gerade von unten. Die kommen hoch von der anderen Seite. Okay, Mann, los geht's! Das knuffige Panda-Video. Oh, nee, die sind unten, Leute. Danke. Danke. Alle. Das ist unten an der Kiste. Oh, nee. Achtung! Die sind... Die sind alle irgendwie... Am Haus, aber nicht... Äh, drin. Hab ich jemanden getroffen? Ich hab einen getroffen. Alle bei Fokker. Oh! Ja. Au, 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 Leute, ich komm nicht weg. Oder lass das. Nein, Leute. Oh. Kannst du mich halten? Also, ich bin neben uns, kommt einer. Also, übrigens, jetzt müsst ihr nicht sterben, also... Äh, hi. Was ist irgendwie... Oh, nein, 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 verdammt. Ich sehe dich! Leute! Idiot. Er hat sich selbst getroffen. Was ist denn schalt? Wo ist er denn? Pass auf, er hat einen Prügel, er hat einen Prügel, wächst. Ach, doch. Vorsicht! Vorsicht, eine... Ah, volle Tor, volle Tor! Ah, von hinten, nach oben. Ah, der haut mich tot, Leute! Ja, ich bin auch da. Pass auf, er hat einen Prügel. Dieser Killer-Kai. Guck mal, wir haben niemanden getötet, Leute. Wir sind so schlecht. War die Übersicht irgendwie nicht gerade so gut. Da sind wir dabei. Ja, nicht einfach runterspringen, Herr Fokker, an die drei Leute rein. Das ist nicht so geil. Hab ich gehört. Ich dachte, ich hätte jemanden mit Rauchbomben. Ich, äh, ich, äh. Wenn ich deine Nagelbombe nicht geworfen hätte, hätte ich sie mit meiner Rauchbombe erwischt. Teamwork, bitteschön. Im Team gibt's kein I. Teamwork, äh, toll, ein anderer macht's. Hihihi. Ja, so geil. Äh, aua. Das ist nicht lustig. Er lacht hier. Voll der böse Mensch, Herr Fokker. Immer die Kati auslachen. Ja, er lacht sich an Lachen. Ich lache nicht über sich, ich lache nicht mit dir. Ja, hörst du mich gerade lachen? Was machst du denn? Wir sind unten. Das ist nicht voll doof. Die Typen. Nee, Vorhundersicht, der ist ja gerne am Boden. Nein, du probierst da weniger. Er ist noch 50 Mal daneben geschossen. Ah, perfekt. Der ist down. Ah, ich will die Vorräte. Vorsicht, Wax, da ist noch einer. Ja, 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 ich hab schon alles im Griff. Ja, 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 sag's. Und der liegt am Boden. Und da hab ich die Vorräte. Worüber redet ihr denn noch? Ich bin noch am Leben. Check's gar nicht. Oh, da unten so ein Vorräter. Oh, so viel Zeug hier. Hammerhart. Oh Mann, danke. Dankeschön. Ich will auch mir jemanden holen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Karte, ich los geht. Ich halte dich mal vor kurz. Ah, ihr taunt es. Ah, Mollethoff. Nein, warum bin ich tot? Oh Gott, schnell. Oh Gott, schnell. Ah, dieser Penner. Nein. Alter, was sind das für Pisser? Also Entschuldigung, das kann doch wohl nicht sein, wie die abgehen. Ey, Bru, bitte, bitte. Urinieren. Das ist nicht böse. Ich hatte gar nicht mehr aufgerüstet, der Nahrkampf. Was springe ich euch auch hinterher? Ich hätte oben bleiben sollen, hätte mir die blöden Rohstoffe geholt. Ja, was springt? Ich bin Bru hinterher gesprungen. Vielleicht wär's gewesen, was sind das für Urinierer, nicht Pisser. Du bist ein Urinierer, ich geb' dir gleich Urinierer. Urinierer. Aua, 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 Aua. Der Fucker, Wille. Und wenn die Kamera aus ist, dann sagt er wieder das ganze böse Zeug. Geil. Bru, ich hab die Aufnahme noch immer. Ich hab die eine Aufnahme noch immer, wollte ich nur sagen. Ja. Die lösche ich auch so schnell nicht. Da wurde wieder böse, war's. Die sind draußen, Leute, schon wieder. Geil, ich bleib hier drin und warte, bis sie reinkommen. Ja, ich bin genauso bei ihr. Einer ist erledigt. Einen haben wir. Ja, der ist K.O. Nicht stehen bleiben vor, K.O., du stehst immer im Weg. Lass die. Ah, weg, komm, ich lauf, 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 lauf. Wegst du direkt bei uns. Ist ungesund, da reinzurennen. Äh, ja. Sag ich ja, ungesund, da reinzurennen. Ich bin mir sehen, würde sie stehen. Alter, der schmeißt genau die Granate hier hoch. Was ist denn das für eine Sau? Ich hab den angeschossen. Kann er denn nicht bringen? Ich seh niemanden, ich seh niemanden nicht beim Rücken. Ich bin blind. Ich geh weg. Oh Mist. Oh, ich bin hier tot. Ich hab's dir gesagt. Au, au. Wo sind sie? Weißt du, ist das als K.O.? Sie kommen hier hoch. Fuck. Oh, ja. Oh, hinter mir. Was? Er hat mich gemessert. Er hat sich, er hat sich zu mir gelegt. Ja, klasse. Unter mich hat er gemessert. Ich glaub, das verlieren wir eindeutig. Der Fern ist vom... Nee, okay, okay. Das müssen wir ganz konzentriert sein. Oh Leute, die sind doch scheiße. Wie wär's, wenn wir mal im Team spielen? Die sind richtig scheiße. Ja, im Team spielen. Wenn du da irgendwie runterhobst und den Molly stimmst. Einmal, einmal. Ja, ja, ja. Wollen wir den Pizzasong singen oder so? Leute, der Park geht erst sieben Minuten. Das können wir nicht bringen. Lieber den Bananen... Was für ein Pizzasong? Lieber den Bananen-Mohr-Song. Heißt der nicht so? Oder nee, der Ketchup-Song. Was labert ihr? Ich kenn die Leute übrigens nicht. Das sind irgendwelche Leute, die nachgejoint sind. Steck dir eine Bananen in der Lieblingssor hinein. Ihr seid komisch. Ihr seid alle komisch. Ich wette alle meine Abonnenten werden, und dann steck dir den Bananen in deinen Ohr-Song-Kern. Können wir uns jetzt mal konzentrieren und nicht über irgendwelche doofen Songs reden, bitte? Ja, gut. Steck dir das wo sonst wo rein, Mann. Aua, 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 aua. Der Molly ist scheiße. Oh, ihr habt es getötet. Ja, ich habe einen getötet. Hi, hi, hi. Mit dem Molly. Sehr gut. Wie hast du... Weißt du, wie weit er weg war? Warte. Ja, ich habe ihn getroffen, aber trotzdem. Da, im Fenster, im Fenster. Ich habe ihn getroffen, aber der lebt noch. Was? Ich cover uns mal eben. Es kommt niemand. Ja, hast du ihn erwischt? Nee. Warum lebt der noch? Ich habe ihn noch mit Molly getötet. Der lebt halt immer noch. Granate! Da kommt einer rüber. Da kommt einer. Oh, nix. Ich brauche ein paar Chaos. Das kann ja nicht sein. Ja, dann wirst du Molly so weit. Ich bin da. Ja, die können wir es. Alter. Hab den einen. Gehen die mir auf den Sack? Ein Härbex, komm, Härbex, komm, komm. Hattung, die schießen. Ich bin da. Gehen die mir auf den Sack, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Ach, davon hängt keiner. Wo ist denn? Ich habe einen erledigt. Wer ist runtergesprungen? Wer ist runtergesprungen? Ich glaube, die sind gar nicht mehr so schlecht. Also so jetzt ganz... Ich will meine Vorräte haben. Ja, steht nicht mehr auf. Sehr gut, Fokka. Ich habe auf die Exemplation geklaut. Sind alle unten. Ah, ich bin bald tot, ich bin bald tot. Ja. Wer ist. Der ist tot. Sehr gut. Einen haben sie noch. Der ist im Haus gegenüber. Ja. Ich muss Freude tun. Ja, ich auch. Ich auch. Nee, ich nicht. Okay. Oh, ich habe viel zu wenig, Leute. Viel zu wenig. Er ist hier im Haus. Ach, Mann. Irgendwo bei... Kathi, legt eine Bombe. Nein. Ja, ich merke es. Kathi, ich komme. Komm zu Kathi. Nein, ich komme. Ich mache schon. Such dir den. Such dir den, Leute. In meiner Nähe. Da ist er. Der ist oben. Ja, oben. Ja, ich suche so eine Vorräte. Vorsicht, da liegt bestimmt noch eine Bombe. Jetzt ist er draußen. Der backt wieder. Der raumt. Ist diese Kontrolle da. Wo ist denn der? Hier oben. Oh, lai. Da kommt sein Vorräte, nicht. Was soll denn der Mist? Hör auf zu baggen, Junge. Hey, Junge. Junge. Hör auf zu baggen, Junge. Das war nicht der letzte. Ja, seine Hinterlassenschaften müssen wegkommen. Was machst du denn da? Ich? Oder Foka? Foka, der macht sich gerade selbst K.O. Durch eine Bombe. Nee, ich will nicht, was er rumpackt, du. Nein, du lügst. Aber warum müssen wir auch gegen so Hochlevelige spielen? Das ist doch nicht normal. Guck mal, die sind alle über Foka sogar. Über Foka. Ja, Matchmaking halt. Perfektes Matchmaking. Ja, das ist super. Das ist perfektes Matchmaking. Vergesst nicht, euch eine Rüstung zu kaufen. Mann ist noch intakt. Ich muss ja mal sagen, dass ich den Multiplayer echt cool finde, aber er ist auch ziemlich verpackt und Matchmaking ist der letzte Rott. Sorry, aber äh... Sie ist sorry, aber äh... Du kennst das nicht? Ich bin fertig. Die sind hier alle, Leute, 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 Leute bei den Vorräten. Ihr könnt sie hier ganz super kriegen. Ja, wow. Ich hab keinen gekriegt. Ich auch nicht. Die sind so schlecht, ey. Die waren alle, die waren alle da, ja. Die kommen hoch. Oh, der eine, der packt voll rum, du. Das gibt's da gar nicht. Sie gehen hoch. Hilfe, sie gehen hoch. Ich hab zwei Geschenke. Wer will geschenkt? Der eine. Ich hab Angst alleine. Oh nein, danke. Ich hab voll die Angst alleine. Die kommen gerade. Oh, da ist einer. Lass euch nicht töten, Mädels. Ja, schießt mal ein ganzes Magazin, wer, du Arschgesicht. Dumme Sau. Vorsicht, da kommt auch einer. Ich hab nicht mal einen Narzisst bekommen. Ich hab nicht mal... Achtung, nein, mit dem Messer. So ein Asser. Ja, ich hab ihn gemessert. Die hat ihn von hinten. Ja, ich kann das hinterher und das ist noch gar nicht. Mit dem Molotow, mit. Äh, wir versuchen zu... Äh, zu, 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 zu... Wo ist der? Der war eben oben. Ich seh ihn noch, ich seh ihn. Da ist er. Achtung, ich liebe sie. Ich seh gar keinen. Nichts. Ich schmeiß auch eine. In dem Raum. Was sind die im... Ich seh'n wahrscheinlich nach dem Haus. Der rennt grad runter. Oh, das ist wieder der, der rumleckt. Der leckt. Haha, der leckt. Hihihi. Na, ist voll von dir, Mann. Was ist mit dem los? Hab ihn. Der fliegt bei dir. Ich lege kann Rohstoff. Ich seh, ich seh nur neue Silhouetten, wie er irgendwie rumhaut und so. Vorsicht. Er könnte jetzt einen Molotow bekommen, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, der eine Typ ist auf der anderen Seite. Er hat einen Molly, er hat einen Molly. Das war nicht dein. Oh. Hä, wie ist er tot? Vielleicht hat er Selbstmord begangen. Die Welt war nicht gut genug. Vielleicht wegen einer Bombe oder so. Nee, da hat er auch echt Selbstmord begangen. Die Welt war nicht gut genug. Nein. Komm, das packt mir noch. Aber vielleicht wollen sie es auch spannend machen. So von wegen, ey, Alter, die sind doch gar nicht so kacke, wie sie denken. Vielleicht nehmen sie auch auf. Die spielen auch einfach nach Skript. Die nehmen auch auf. Und sie wollen ihren Partner zu kurz machen. Ach. Boah, ich hab 74 vor 57 vor. Ich hab 61 vor 56. Moment. Ich weiß nicht. Irgendwie Überlebende gibt immer irgendwie mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bekomme jetzt in jeder Kiste hier 100 Teile. Was soll das? Also nicht, dass irgendwas dagegen hat. Wie die halt immer in die Mitte an die Kiste rennen, ne? Ja. Jedes Mal, du. Die sind voll fixiert auf die Kiste. Oh, nein. Die sind voll fixiert. Gibt es da vielleicht mehr Zeug oder so? Oh, Wex. Oh, Wex, das ist dein Tod. Ja. Nein, das ist nicht mehr Tod. Da gibt es nicht mehr Zeug, nee. Gut, das ist vielleicht doch mein Tod. Oh, Wex, das ist dein Tod. Äh, Bukka, Bukka. Ja, komm her. Hier von der Seite kommt einer. Was macht denn der? Der rennt nur wild hin und her, der Penner. Ich habe Angst alleine. Ja, die Kühne. Schnellwerk, schnellwerk, komm. Ich lasse. Wieder rein. Sind alle da unten? Ist irgendjemand gestorben von den Gegenden? Nein. Nein. Aber die, du rennst nicht so weiter vorne rum. Die kommen gleich hoch. Geh weg, geh weg, geh weg. Die kommen das Haus hoch jetzt. Achtung, Hauptbahnhof. Hier im Haus ist jemand. Wow, ach du Scheiße. Ist unten. Ich halte dich weg. Ich halte dich. Molly, Mann. Leckmech am, am, am. Nein, 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 nein. Dann noch eine Nagelbombe. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist eine Nagelbombe. Weg. Oh nein, ich wurde trotzdem getroffen. Bukka. Oh, okay. Äh, da ist es. Das war so unfair. Ich war voll weg und wurde trotzdem mal ledig. Go, Bukka. Go. Nein. Wollt ihr mit dem Messer? Nein. Ich wollte. Du bist. Mein Scheiß. Ja, nix, du bist. Meine Scheiß Steuerung geht nicht mehr. Ich wollte mich rumdrehen, und mein Scheiß recht, das dick ging nicht mehr. Ich wollte den erstrechen mit dem Messer. Ja, war das gut. Ja. Oh, Mann. Das geht mir voll auf den Sack, dass die rumbacken und wir aufs Maul kriegen. Das finde ich nicht gut. Ist unfair. Ich glaube, ich habe sogar... Ja, ich habe genug vor dir. Ich habe auch bloß... Ich habe mehr als genug. Ich brauche noch neun Leute in einem Tag. Das kann ich... Och, Mann. Leck mich doch. Das ist doch Bullshit. Woche 12. Ruheausbruch. Du hast mich... Jeder hat einmal gesagt, leck mich außer Wax. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann. Leck mich, Fokka. Tschüss. Hab dich lieb. Ja! Ja! Vielen Dank.